Hi, ich bin Daniel von Tableti und das hier ist der Testbericht zum HTC One M8. Ich hatte das jetzt vier Wochen lang getestet und kann dazu also einiges sagen und möchte es auch loswerden und am besten auch mit euch unten diskutieren, also falls ihr Fragen habt, gleich unten in die Kommentare damit. Und damit geht es jetzt los mit dem Testbericht des HTC One M8. Viel Spaß! Wir fangen an mit der Verarbeitung und dem Design des HTC One M8. Und das ist wirklich großartig und es stecht wirklich aus der Masse heraus und das finde ich wirklich sehr gut. Auf der Front haben wir hier dieses wunderschöne 5 Zoll Display, schön eingerahmt durch die BoomSound Lautsprecher, auf die wir gleich zurückkommen. Oben noch eine Kamera für Bilder und auf der Rückseite haben wir dieses wunderschöne Aluminium Design. Das ist ein Aluminium Unibody Gehäuse, das bedeutet, es ist aus einem Block gefräst und genauso fühlt es sich an. Es fühlt sich an wie ein Stück, das ja wirklich ein Ganzes ergibt. Es ist einfach wunderbar in der Hand. Es liegt sehr gut, dadurch, dass es hier leicht geschwungen und gewölbt ist. Und es fühlt sich einfach schön kühl an, wenn man das in die Hand nimmt. Und es ist einfach ein Handschmeichler wie ein Stück Metallseife. Wirklich eines der schönsten Smartphones, die ich je gesehen habe. Außerdem, hier hinten haben wir noch zwei Kameras. Eine davon ist die 4 Megapixel-Utrapixel-Kamera, auf die ich auch noch am Ende zurückkommen werde. Und hier oben noch ein Sensor für die Tiefeninformationen. Ansonsten, alle Tasten sind auch nochmal aus Aluminium gearbeitet. Wirklich sehr, sehr schön. Und was mir auch gut gefällt, ist hier dieser feine Diamantschliff um das Gerät herum. Das ist wirklich sehr, sehr edel. Macht zum Betrachten von vorne wie auch von hinten. Das Display ist 5 Zoll groß. Andere Hersteller packen in diese Größe auch mal ein größeres Display rein. Zum Beispiel LG mit dem LG G2. Das ist kleiner, hat aber ein 5,2 Zoll großes Display. Ich finde es ein bisschen schade, dass HTC hier diesen kleinen Streifen hier nicht genutzt hat, um da noch ein weiteres bisschen das Display zu verlängern. Full HD-Auflösung, das heißt 1080 x 1920 Pixel. Und wir haben hier unten die typischen Android-Buttons auf dem Display drauf. Das heißt, wenn ihr das Gerät dreht, dann drehen sich diese Tasten natürlich auch mit, was sehr, sehr praktisch ist. Und beim Videoschauen könnt ihr sie natürlich auch ausblenden. Von den Betrachtungswinkeln her ist das Display wirklich einwandfrei. Dazu ist es auch noch sehr hell. Und bei dieser Auflösung in der Displaygröße ist es auch noch sehr, sehr scharf. Also Texte lesen, überhaupt kein Problem. Bilder zusammen mit Freunden von unterschiedlichen Winkeln betrachten, auch überhaupt kein Problem. Eines der besten Displays, das ich je gesehen habe. Auf der Front befinden sich auch noch diese berühmten Boomsound-Lautsprecher. Die sind noch mal lauter geworden im Vergleich zum HTC One M7. Und das finde ich auch gut. Sie sind jetzt wirklich lauter als alle Smartphone-Lautsprecher, die ich bisher gehört habe. Und sie haben auch einen sehr guten Sound. Das heißt, wenn ihr oft Podcasts hört und nicht immer einen Bluetooth-Lautsprecher verwenden wollt, dann sind diese Lautsprecher wirklich die besten, die ihr haben könnt. Stimmen werden klar wiedergegeben, genauso wie spürt man auch einen leichten Bass klar. Ihr dürft hier nicht einen Subwoofer erwarten. Das sollte klar sein. Aber der Bass, der halt darüber kommt, den hört man bei anderen Smartphones überhaupt nicht. Und hier hört man ihn wenigstens ein bisschen. Das gibt so ein bisschen Tiefe und Volumen. Das finde ich wirklich gut. Und einige der besten Lautsprecher, die ich je gehört habe. Wirklich klasse. Kommen wir ganz kurz zur Hardware des HTC One M8. Wir haben hier einen Snapdragon 801 Quad-Core-Prozessor, der auch wirklich sehr flott arbeitet. Dieser wird unterstützt von 2 GB Arbeitsspeicher, sodass auch Appwechsel wirklich sehr, sehr schnell vonstatten gehen. Zum Beispiel die neuen, zuletzt aufgerufenen Apps. Da ist man wirklich sofort drin, ohne Verzögerung. Und das finde ich wirklich sehr, sehr gut. Ansonsten haben wir hier 16 GB Arbeitsspeicher eingebaut. Davon sind etwa 10 bis 11 GB verfügbar. Das ist okay. Aber wir können diesen natürlich auch erweitern. Mit MicroSD-Karten bis zu 128 GB groß. Diese wurden jetzt auf dem Mobile World Congress in Barcelona vorgestellt. Das heißt, ihr könnt sie auch bald kaufen. Kosten dann wahrscheinlich über 100 Euro. Aber die Möglichkeit besteht und das ist gut. Außerdem kommt hier noch eine Nano-SIM-Karte rein. Das heißt, wenn ihr eine Micro-SIM habt, müsst ihr diese natürlich austauschen. Oben haben wir eine schöne Plastikabdeckung. Hinter der, beziehungsweise hinter dem Knopf, verbirgt sich ein Infrarotsensor. Ihr könnt damit also den Fernseher steuern. Was ich etwas schade finde, es gibt kein direktes Widget, wenn man hier runter wischt. Das heißt, ihr könnt halt nicht mal eben, wie bei LG, sagen, okay, ich möchte den Fernseher jetzt anschalten. Das geht nicht. Ihr müsst erst in die App reingehen. Aber gut, es funktioniert damit trotzdem. Die sehr schnelle CPU und natürlich der Arbeitsspeicher machen das HTC One M8 wirklich sehr, sehr schnell. Und das ist wahrscheinlich das flüssigste Smartphone, das ich je bedient habe. Also App-Wechsel funktionieren wirklich wunderbar. Alle Animationen sind sehr, sehr flüssig. Und es macht Spaß, das Gerät zu bedienen. Es ist das wahrscheinlich flüssigste Android-Smartphone, das ich je erlebt habe. Es ist flüssiger als ein Galaxy S5, das ab und zu stottert. Es ist flüssiger als ein LG G2 oder ein Sysoni Xperia Z2. Und das macht halt wirklich viel Spaß. Bei Spielen genauso sehr, sehr schnelle Performance. Und falls ihr diese Performance nicht braucht, könnt ihr einen Energiesparmodus einstalten. Und dieser spart dann nochmal schönen Akku. Und so kommt ihr dann auch auf bis zu zwei Tage Arbeitszeit mit dem Gerät. Das finde ich auch gut, obwohl der Akku jetzt nicht der größte ist mit 2600 mAh, wenn ich mich nicht komplett irre. Falls es dazu kommen sollte, dass ihr euer Smartphone nicht als Smartphone benutzen wollt, gibt es noch den Extrem-Energiesparmodus. Und der verwandelt das Gerät in ein Nokia 3310. Das bedeutet, ihr könnt damit Anrufe tätigen, SMS schreiben, E-Mails abrufen. Das ging mit dem 3310 noch nicht. In den Kalender gehen und den Taschenrechner benutzen. Und hier oben seht ihr noch die Uhr. Das war's. Dadurch könnt ihr aber auch mit 10% Akkuleistung auch noch locker einen Tag unterwegs sein. Und das Gerät hält dann auch eine gute Hardware, erfordert auch eine gute Software. HTC hat hier Sense 6.0 installiert. Und das bringt einige Verbesserungen mit sich im Vergleich zum Vorgänger, aber auch im Vergleich zu Android allgemein. Wenn man hier nach rechts wischt, dann sieht man hier den Blink-Feed. Ihr seht hier also, genau, Facebook-Status-Updates. Hier sind noch ein paar Tipps und Tricks. Und es ist auch durchaus ganz nützlich, falls man gerade an der Bushaltestelle steht und nicht weiß, womit man sich denn befassen soll. Ansonsten, das hier ist der Premiere-Homescreen und wir haben hier ein schönes Wetter-Widget. Finde ich wirklich gut. Sehr gut ablesbar. Und wir haben hier diese schnellen Toggles. Die kann man austauschen. Finde ich auch gut. Und hier, wenn man draufklickt, kommt man nicht direkt in die Einstellung, sondern macht es an und aus und kann dann auch direkt in die Einstellung gehen. Was wirklich auch ganz praktisch ist. Was auch ganz schön ist, sind die ganzen HTC-Apps, wie zum Beispiel hier Alben. Ist schön flach gehalten, schönes Design, wie ihr seht. Und das sieht wirklich sehr ansprechend aus und macht definitiv Spaß, damit dann umzugehen. Genauso der Musikplayer, wirklich ansprechend gestaltet. Ihr könnt hier durchwischen, seht hier die Alben und die Cover. Genauso die Kamera-App, zu der kommen wir gleich. Aber auch der Browser ist in Ordnung. Bietet leider nur 16 Tabs, dafür könnt ihr halt Chrome installieren. Das funktioniert dann sogar noch besser. Hier auch die SMS-App. Alle Apps sind halt wirklich sehr schön an das Design angepasst, sodass es wirklich Spaß macht, dieses Gerät zu verdienen. Es ist auf jeden Fall deutlich moderner und schicker als ein Galaxy S5, meiner Meinung nach. Wie ihr das seht, das könnt ihr gerne unten in die Kommentare schreiben. Darüber freue ich mich sehr und würde gerne mit euch darüber diskutieren. Kamera habe ich angesprochen. Das ist meiner Meinung nach der Schwachpunkt dieses Smartphones. Die 4 Megapixel Kamera auf der Rückseite bietet einfach für mich nicht genug Details. Klar, 4 Megapixel sind weniger als zum Beispiel 13 oder 16 bei den Anbietern der Konkurrenz. Das heißt, es ist definitiv weniger Details, aber ich sehe nicht den Vorteil dieser Kamera. Manche Bilder, zum Beispiel auch HDR-Bilder, sind überbelichtet, was ich überhaupt nicht verstehe. HDR sagt ja aus, dass es einen High Dynamic Range hat. Also eine besonders hohe dynamische Breite, die mehrere Bilder, also ein normales, ein überbelichtetes und ein unterbelichtetes Bild zusammenfassen, um so Überbelichtung oder Unterbelichtung zu vermeiden. Und genau das macht das HTC One M8 falsch, denn die meisten HDR-Bilder, die ich damit geschossen habe, sind komplett überbelichtet, was einfach nicht sein darf. Genauso auch die normale Kamera. Für die meisten wird sie definitiv ausreichen, aber wer damit etwas mehr machen möchte, dem kann ich das HTC One M8 einfach nicht empfehlen. Einfach aufgrund dieser Kamera, weil sie bietet erstens meiner Meinung nach etwas zu wenig Schärfe und etwas zu wenig Details. Sie überbelichtet ganz gerne. Ja, und das sind eigentlich die zwei Sachen, die mich am meisten stören. Ich kann mich auf diese Kamera nicht verlassen. Ich schieße zehn Bilder und die sind alle okay, aber nicht berauschend. Und dann bin ich ziemlich enttäuscht, mache das nächste Bild und es ist einfach wow, perfekt, so wie ich es haben wollte. Und so sollte es nicht sein. Es sollte einfach immer gleichbleibend gut sein und nicht mal schlecht und dann wieder herausragend gut und dann wieder schlecht. Ich möchte mich auf meine Geräte verlassen können. Und das kann ich mit dem HTC One M8 nicht wirklich. Aber es gibt auch Pluspunkte dieser Kamera. Wir haben hier eine wunderschöne Kamerasoftware, die schön simpel gestaltet ist. Wir können natürlich Touch-to-Focus nutzen. Wir können auch direkt Fotos schießen. Der Autofokus ist schnell. Das ist positiv. Und sie löst sehr, sehr schnell aus. Das ist auch noch positiv. Ansonsten, wir haben einen komplett manuellen Modus, wo wir alles einstellen können. Wir können den Weißabgleich einstellen, die Belichtung, dann natürlich ISO, also Empfindlichkeit. Wir können die Belichtungszeit einstellen und den Fokus manuell wählen. Also wir haben wirklich sehr, sehr viele manuelle Wahlmöglichkeiten, die eigentlich mit dem richtigen Sensor eine perfekte Kamera ergeben hätten. Aber hätte, hätte, Fahrradkette haben wir leider nicht. Was wir auch machen können, wir können Dualaufnahmen machen. Das heißt, die Frontkamera zeigt auf unser Gesicht, nimmt es oben links oder in einem kleinen Fenster anders auf. Und man sieht auch noch das, was die große Kamera aufnimmt. Und wir können Videos drehen und zwar mit Full-HD bzw. natürlich auch Slow-Motion-Videos. Ein weiteres Feature bietet die Kamera auch noch, nämlich um diesen oberen Sensor zu verwenden. Und zwar ist es U-Focus. Mit U-Focus könnt ihr Bilder im normalen Modus aufnehmen und später sagen, wo der Fokus genau liegen soll. Das funktioniert nicht immer. Bei Nahaufnahmen und HDR-Aufnahmen funktioniert das nicht. Oder wenn ihr das Bild beschneidet, dann funktioniert es auch nicht. Wirklich nur im Automatikmodus, da funktioniert es. Und auch da ist es nicht immer ein schöner Effekt. Denn manchmal ist es so, dass einfach manche Bereiche scharf sind. Und plötzlich ist da mittendrin ein Quadrat, das überhaupt nicht reinpasst und es ist unscharf. Und das ist in 90% der Fällen so. Zum Beispiel, wenn ihr detailreiche Objekte fotografiert, ist es so, dass das aussieht, als ob es ausgeschnitten wäre und dann so ein Filter drüber gelegt wäre, der das Ganze hinten verschwimmen lässt. Meiner Meinung nach sieht es nur in den wenigsten Fällen wirklich gut aus. Und das finde ich ein bisschen schade, denn Nokia hat zum Beispiel mit dem Lumi A1020 und deren Refocus Air eine viel bessere Lösung, wo ihr auch wirklich den Schärfepunkt verschieben könnt, wohin ihr das wollt. Das ist meiner Meinung nach deutlich besser und sieht am Ende sogar besser aus. Und dafür braucht man nicht wirklich diesen zweiten Sensor. Kommen wir zum Fazit des HTC One M8 und das ist relativ einfach zu machen. Es ist eines der schönsten Smartphones, die ich je gesehen habe, mit diesem wunderschönen Aluminium-Unibody-Gehäuse. Es liegt wunderbar in der Hand. Es ist einfach ein Handschmeichler. Es macht Spaß, das Gerät jedes Mal in die Hand zu nehmen. Genauso ist die Software und Hardware. Es ist sehr, sehr flink und schnell. Es macht Spaß, damit zu arbeiten, weil Apps sofort öffnen. Man hat überhaupt keine Verzögerungen beim Arbeiten etc. Wirklich eines der tollsten, schnellsten Smartphones, die ihr derzeit haben könnt. Und die Hardware ist auch wirklich sehr aktuell mit dem Snapdragon 801 Prozessor und 2 GB Arbeitsspeicher. Und dazu kommen diese wunderbaren BoomSound-Lautsprecher. Wenn ihr gerne Podcasts hört, wunderbare Sache. Auch mal für Musik zwischendurch. Morgens zum Beispiel im Bad eine sehr, sehr tolle Sache, weil sie einfach hochwertig klingen. Es ist einfach ein hochwertiges Smartphone. Und das spiegelt auch das Display wieder. Es ist ein wirklich sehr tolles Gesamtpaket. Man merkt einfach, es ist ein Premium-Gerät. Das macht einfach Spaß. Aber die Achillesferse ist diese Kamera. Und zwar diese Ultra-Pixel-Kamera auf der Rückseite. Sie bietet eine relativ geringe Auflösung mit relativ wenig Details. Finde ich etwas schade. Im Dunkeln ist sie etwas besser als die meisten anderen Kameras. Aber auch nicht beeindruckend viel besser. So dass ich die Detail-Treue dafür in Kauf geben würde. Finde ich nicht. Dazu ist sie nicht wirklich verlässlich. Und das finde ich schade. Und deswegen finde ich, wer ein sehr gutes Smartphone haben möchte, das nebenbei auch noch gute Fotos macht, dem kann ich das HTC One M8 sehr empfehlen. Wer aber sehr viel Wert auf die Kamera legt, der sollte sich eher bei der Konkurrenz umschauen. Und das Galaxy S5 macht zum Beispiel sehr gute Fotos. Wer sehr viel Wert auf die Kamera legt, das HTC One M8 ist wahrscheinlich nicht für euch. Für alle anderen, eines der besten Smartphones, die ihr derzeit haben könnt. Ja, das war das Fazit zum HTC One M8. Was ist euer Fazit? Sagt es mir unten in den Kommentaren. Wie findet ihr dieses Smartphone? Und würdet ihr das kaufen? Oder lieber ein G2 oder ein Galaxy S5, ein iPhone oder ein Xperia Z2? Was ist euer Favorit? Das würde mich echt interessieren. Hinterlasse einfach einen Kommentar. Ansonsten, wir sehen uns bei weiteren Videos. Deswegen abonniert den Channel und gebt einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Ja, ich bin Adi von Tablet.de und vielen Dank fürs Zusehen.